Das bunte T-Shirt an mir, das täuscht. Ne, nix mit Farben am Wochenende. Grau in Grau und es gibt da noch immer wieder Regen bzw. Schneeregen und die Temperaturen, die werden kalt die Nächte um den Gefrierpunkt, da kann es auch mal wieder frieren und am Tage maximal 6 Grad. Fazit, es könnte besser sein, wird nicht doll.